hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play pen and paper um genau zu sein let's play call of cthulhu mit unserem eigenen original berlin fallen wir nähern uns dem ende wir sind gerade im lager der gang kreuz köln und der gute von lichtenberg ist gleich in einer poker runde mit dem guten asim dem gerade stellvertretenden boss simone und sandra haben die gute eve mit die man ja schon mal kannte erblickt und zwar sitzt sie auf einem balkon beim sonnenuntergang außerhalb des geländes aber noch in einer häuser gruppe die halt ganz klar zu kreuzköln gegend gehört und wer möchte zuerst von euch beiden von den beiden gruppen also ich bin offen dann geben wir simone und sandra den vortritt ja wichtig ist dabei weil das was wie viel zeit sozusagen dort abgespielt wird okay also ihr macht euch fertig und nachdem ihr fertig seid ist die sonne schon untergegangen ja und ihr habt darüber natürlich gesprochen seid ihr bewaffnet was wie macht ihr wie geht ihr rüber also geht ihr in schläger outfit rüber oder wie macht ihr das also ich habe meine waffe ich habe meine waffe jetzt nicht abgelegt aber ich habe auch nicht vor sie zu benutzen also ich gehe ganz normal rüber ich habe die waffe halt auch bei mir klar aber also also wir haben jetzt nicht vor da rein zu gehen und die eine runter zu hauen wenn das die frage war okay wir wollen eigentlich eher so ein bisschen die hatten letztes mal noch redebedarf und dann bist du einfach abgehauen so habe ich das jetzt gerade im kopf ihr geht runter ja also geht runter schaut euch ein bisschen um ist ein bisschen komplizierter dorthin zu gucken weil von oben hat man ja eine bessere sicht und nach so ein paar minuten läuft die über die straße verlasst sozusagen durch das hauptor was gerade auch noch offen steht ja obwohl es schon die sonne untergegangen ist weil das areal so weiträumig abgesperrt wird und außerhalb sozusagen geschützt und dass man relativ großes areal in dem man sich wirklich frei bewegen kann also geht ihr über die straße und steht vor dem haus und vor dem haus stehen zwei wachleute die auch mit gewehren beschützt sind und sie sagen wo wollt ihr hin wo wollt ihr hin und als hier guck mal am band die nicken deshalb fragen dann auch nicht und gehen einfach beiseite und machen euch die tür auf ja und sagen fahrstuhl geht nicht nach so ein bist und ist eine berliner altbauwohnung die zwölf mietparteien hat ja und zwar auf vier etagen jeweils drei wohnungen und das müsste auf der dritten man das in der zweiten etage der zweiten etage müsste das sein die erste wohnung auf der rechten seite wenn du dich nicht verzählt hast dann zweite etage ja mach mal ihr geht hoch ja und julian mach doch mal einen intelligenzwurf für den guten simone verzeihung worüber denke ich danach während ich intelligenzwürfe übrigens 34 zu 80 schwerer erfolg während ihr vor dieser tür steht ja erkennst du ein ein kleines b ist es alles sehr wohl nicht schon im flur eingerichtet weil man kennt sich ja hier und vor der tür hängt ein ein bild ja von einem von von einem dj pult und du erkennst dass dieses dj pult das dj pult im alten felix club oder besser gesagt im neuen mittlerweile alten glue club ist das ist dort wo toni die geschäftsführung übernommen hatte in folge zwei wenn du dich erinnerst und das ist ein blutbild von vom innenraum vom dj pult und das erkennst du dass das diese räumlichkeit ist gut ist anscheinend jemand nostalgisch klopfen wir mal an der tür als es eine tür klopft ja hört ihr sanfte schritte ja es klingt wie so ein holzboden wie jemand steht von der couch auf bewegt sich und ihr hört ist stimme die sagt moment dann hört ihr wie sie vor der tür steht den spion aufmacht in dem moment fällt der spion spalt direkt wieder zu und ihr hört wie sie auf dem boden sozusagen entweder fällt gerutscht ist oder runtergesprungen ist und es wird still also ist nicht gestürzt das wollte ich nicht sagen kann ich immer noch immer noch hören wir wissen dass du da bist also stellst du dich jetzt tot ihr hört durch die tür nur ein ja wir sollten tot sein zum dumm gelaufen was hören wir ich habe ich habe nicht gehört was ich habe nichts gesagt ihr hört sie nur atmen hinter der tür aber jetzt sieht die luft an okay also also wir können auch irgendwie hier reinkommen wenn du uns nicht aufmachen willst ne wir wollen erst mal nur mit dir reden wirklich ihr hört leise schritte wie jemand versucht wegzuschneiden aber dieser berliner altbauboden der knarzt und arg und die tür abgeschlossen ist und greift an die klinke und die tür ist abgeschlossen ja was machen wir nun wollen wir die tür aufbrechen wollen war habe ich da habe ich das habe ich das gelernt als polizist weiß wie man die tür auftritt ja du weißt genau wo du gegen treten muss mit welcher stärke um so eine tür aufzutreten bedenke unten steht wach bewaffnetes personal schritt zur seite und sagt ladies first ja ich überlege gerade ob es das wert ist aber ich will jetzt eigentlich schon ganz gerne wissen was ihr stil ist eigentlich die frage ist was erklärt ihr was erklärt ihr der person die euch nicht kennt wenn sie gleich das hört hoch rennt in den weniger als 30 sekunden da ist und mit mit ausgerichtetem sturmgewehr auf ihr steht die geschichte die ihr erzählt ist erstmal zweitrangig war als erstes seid ihr seid ihr die eindringlinge ja ja wir sind familienmitglieder wir haben ja wenn wir sagen die wollte uns umbringen dann könnte ich mir gut vorstellen dass erst mal die waffe auf sie gerichtet wird vielleicht aber ich würde ich würde ich würde es erst mal gerne noch mal mit auf sie einreden probieren und würde sie gerne überzeugen dass es nicht jetzt entweder richtig stress machen können und sie haben zweifelsfall angearscht ist also entweder wir kommen hier rein die frage ist nur macht sie uns selber die tür auf oder müssen wir erst stress machen es klingt nicht so als würde sie euch die tür aufmachen kann ich wenigstens ein persönlicher entwurf machen da drauf persuade gerne probiert hard success 32 zu 70 dann bereut gerade dass ich wohlfühlen durfte ne ne das ist schon in ordnung ich brauche nur ein wurf den ich dagegen mache jedes jedes mal jedes mal ja liebe zuschauer die gute rike hat wie ihr sehen könnt einen hard success mit 32 zu 70 gewürfelt und die gute eve habanasi hat einen extreme success mit 6 zu 40 gewürfelt und sie ist unbeeindruckt der abstand ist wichtig zwischen den werten nein es ist nicht und zwar wenn es in der gleichen kategorie liegt und hard success und extreme success wird vom verhältnis ausgerechnet und da es schon in einer besseren success kategorie ist wird erst also hätte ich auch einen hard success gewürfelt dann ist es erst der abstand ja ihr hört in nur wie eine weitere tür zufällt und sie ist jetzt noch ein stück weiter von der tür entfernt was will sie machen sie wird nicht über den balkon runter klettern auch lass uns mal zu den wachleuten gehen und nach ihm fragen die würden uns gar nicht aufmachen wir sind alte freunde die kommt ja auch aus der maisfabrik geh du mal runter ich bleib hier an der tür stehen okay dann würde ich runter gehen und zu den wachleuten hey und sie ansprechen hey da oben zweiten stock ist doch so eine neue die eve vor drei tagen hier angekommen ja die war davor bei der maisfabrik weiß ja nicht ich stelle keine fragen wir waren davor bei der maisfabrik und die ist einfach abgehauen ohne ohne irgendwas zu sagen ist einfach aus dem auto gesprungen wie eine so eine verrückte und jetzt wollen wir mit ihr natürlich darüber reden was los ist die sache so ein bisschen aufklären aber die macht uns die tür nicht auf sie scheint zur familie zu gehören sonst wäre sie hier nicht in dem haus ja ich gehöre auch zur familie hier wohnen alle hier wohnen alle mädchen freundinnen und frauen äh von von der familie die nicht die ehefrauen sind und von wem ist die die freundin sagt er ach komm schon wir sind doch ne ich bin doch jetzt auch familie wieso darf ich das denn nicht wissen er sagt dann scheint ja ein offenes geheimnis zu sein dann fragt den boss also er sagt er redet nicht darüber also er den bossboss den bossboss aber der bossboss ist ja gerade gar nicht zu sprechen dem geht es doch nicht gut er sagt er erzählt er erzählt auf jeden fall nicht wer zu wem hier gehört weil offiziell es gibt es wund die damen ja auch nicht hier ja offiziell genug dass die da einen eigenen häuserblock haben und sich auf den balkon sonnen können wo man vom mittagessen drauf gucken kann er sagt lady ich arbeite hier nur ich mach nicht die regeln kann ich versuchen ihn zu überzeugen du kannst gerne versuchen ihn zu überzeugen auch familie und so ja also mach sie einen druck ja also du willst schon ne ne also moment persuading ist ja du versuchst ihn zu überzeugen ne also und du musst mir mindestens auf den wurf eine eine argumentation ne eine sache weil es macht den unterschied zwischen hey weißt du ähm wir kennen uns von früher ich würde gern was erfahren ist eine strategie oder zu sagen hey ich gehöre zu fairfamilie wie glaubst du bin ich an dieses bändchen gekommen und wenn ich jetzt rüber gehen muss und derjenigen der das legitimiert jetzt mit rüber kommt hast du glaub ich mehr schon es sind zwei unterschiedliche dinge wie du ihn persuaden kannst weißt du achso deswegen das würde ich nur gerne wissen ich will jetzt nicht zu viel druck machen aber sagen hey das ist eine alte Freundin von uns ich meine wir wollen hier ja niemanden mit Stress machen ich will nur wissen warum sie so eine Sonderbehandlung kriegt weil sie hat uns so ein bisschen übers Ohr gehauen damals und äh ne die redet jetzt plötzlich nicht mehr mit uns und irgendwas stimmt doch dann nicht also warum sie uns ignorieren sie hat keinen Grund uns zu ignorieren mach doch mal während du unten stehst ja bevor du versuchst ihn weiter zu belabern und einen Lissentwurf oh ein Lissentwurf da bin ich ja auch so ah ich bin ein bisschen besser geworden seit deinem Zimmer ja 37 zu 31 das schreit doch fast nach 6 Glückspunkte oder die man einsetzen kann um zu hören was gerade abgeht ich gebe dir einen Tipp damit es dir vielleicht ist es also es kommt von ihrem Balkon ja fein na gut na gut na gut 6 Punkte ha 57 Glückspunkte also habe ich noch ja dann habe ich das jetzt mal ausgegeben ausnahmsweise shhhh ssssht bitte du musst nach Hause kommen des glaub ich beim Stress ssssssht bitte komm nach Hause sofort ich glaube ich hab Stress ssssht Sagt aber keinen Namen jetzt ne das sind Simone und und Sandra aus der Meilshafr אלge bitte komm schnell zurück ssssht 48 zu 70. Okay. Ob es auch wieder ein Extreme-Success oder ein Hard-Success? Er sagt so, ey, ich kann euch nicht reinlassen, aber er sagt so, pfff... Weißt du, der einzige, der hier Mädels wirklich reinbringt, ist Toni. Alle Mädels, die hier sind, sind von Toni. Ha! Alle Mails, die hier reinkommen, sind von Toni, okay, alles klar. Ja, guck mal, und weißt du, das Gute ist? Simone ist der beste Buddy von Toni, also kriegst du keinen Stress, dass du uns das gesagt hast. Am liebsten wäre es mir, wenn ich es gar nicht erst gesagt hätte. Wenn er so ein Buddy von Toni ist, würde das ja, glaube ich, auch selber erfahren. Ja, das wusste ich nur zu dem Zeitpunkt noch nicht, bevor du gesagt hast, dass es eine von Toni ist. Na gut, also ich danke dir auf jeden Fall und... Sie haben zusammen im Club gearbeitet, glaube ich, daher kennen die sich. Hm, okay, danke für die Info. Ähm, wir sehen uns, ne? Und ich würde rausgehen, um bei ihren Balkonen, zu ihren Balkonen halt zu gucken. Und Simone ist ja noch an der Tür, aber da kann ja auch erst dran bleiben. Alles gut. Simone, was machst du in der Zeit? Also du weißt, dass sie so das, was du hörst, ist, sie ist nicht mehr im Flur oder in dem Bereich. Also wahrscheinlich ist sie in anderen Räumlichkeiten. Ja, also ich würde halt versuchen, sie zu belabern und vielleicht, weil wir ja schon irgendwie... Also ich denke zumindest Simone, ja, weil sie schon zumindest zwischenzeitlich was hatten, würde ich halt versuchen, sie... Ich war ja schwer verliebt in dich. Ja, absolut, ja. Also ich würde versuchen, meinen Charme spielen zu lassen. Ja, so... Eve, ja, was ist denn los? Du weißt doch, du hast von uns nichts zu befürchten. Mach mal einen Wurf mit Disadvantage, bitte. Fühlst du denn gar nichts mehr? Weißt du? So sad. Meinst du einen schweren Wurf? Ne, mit Disadvantage. Weil Disadvantage gibt's doch in Call of Cthulhu nicht. Es gibt Bonuswurfen... Doch, klar! Penalty Die. Ja, aber das ist nicht Disadvantage, aber Penalty Die. Okay. Es kommt aufs gleiche raus. Sagt ja auch mal Entwurfen. Entwurfen ein Wurf mit Penalty Die. Entwurfen auch nicht. Entwurfen auch nicht. Ich sag immer Disadvantage übrigens, aber... Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, okay. So. Eigentlich heißt es eben auch irgendwie nicht Penalty Die, sondern irgendwie Bonus Die, wenn du Advantage würfelst, also. Ja. Bonus oder... Penalty. Ja, ja, Bonus Die und Penalty Die. Egal, ich würfel zweimal. Boah! Ja, schade! Schade, dass das... Ja, ein extremer Erfolg. Und dann nicht ganz so extremer Erfolg. Beziehungsweise ein bester Erfolg. Sie ruft rüber. Irgendwann, ja. Ja. Das hörst du unten auch, Rieke. Ja. Sandra. Simone, lass mich in Ruhe! Okay, wenn sie mir antwortet... Wieso? Ich meine, du schuldest uns ein paar Antworten. Meinst du nicht auch? Oder hattest du gehofft, dass wir jetzt schon tot wären? Wolltest du uns in die Luft sprengen? Ja. Ähm. Würde mich jetzt auch ein bisschen aufregen. Karma. Sandra sieht während... Setz dich einfach ab in der Mitte. Weißt du nicht, wie das aussieht? Ja? Und dann explodiert das Auto. So. Ja? Und würde halt Sachen jetzt anfangen rumzuschreien, von denen ich denke, vielleicht will sie nicht, dass sie alle hören. Okay. Okay. Ähm. Unten. Ja, wir sind wieder unten vor der Tür. Du siehst extrem schnelle Schritte und einen sichtlich gestörten Toni angerannt kommen. Oh, ich so. Oh, Toni. Dich habe ich gesucht. Er sagt Sandra, was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich bin gerade beschäftigt. Ja, ich habe gesehen. Yves ist hier. Die hat doch zu uns gehört. Die hat sich doch aus dem Staub gemacht. Ah. Ja, stimmt. Sie war vorher in der Malzmabrik. Ähm. Genau. Können wir später quatschen? Sagt er. Können wir später quatschen? Ne. 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 Ich meine, bist du, willst du zu ihr? Zufällig? Ja, ich will gerade zu ihr. Okay, dann können wir zusammen gehen. Sie wollte uns irgendwie nicht reinlassen. Ich weiß nicht, warum sie sich so komisch verhält. Ja, ich werde jetzt erstmal mit ihr sprechen. Ihr könnt hier erstmal warten. Ich hole euch dann dazu. Mhm. Ich gucke ihn nur irritiert an und ich sage, Toni, was ist los? Du bist so anders. Er sagt, ich muss erstmal selber wissen, was hier los ist. Ja. Und sagt, du wartest jetzt hier. Und geht hoch, ja. Du hörst das schon hochstapfen und du siehst einen sichtlich außer Atem gekommenen Toni, ja, der sagt, Simone, ich habe unten schon Sandra getroffen. Geh runter zu ihr und warte. Ich kläre es hier mit Eve. Was ist los? Wie? Was? Du klärst es hier mit Eve? Das ist meine Ex-Mann und ich, also ich, sie wollte mich umbringen mit einer Autobombe, so sieht es zumindest aus. Ich gehe hier nirgendwo hin. Ja, ich habe hier, habe hier ein Recht auf Antworten. Er sagt, Bruder, Bruder, Bruder. Fällst dich an den Schultern an ihr und sagt, wir werden das klären. Ich habe schon mit Asim darüber gesprochen, weil wir wussten doch, dass sie da war und sie kam zu uns zurück. Beruhige dich jetzt. Was hat sie da schon gesagt? Warum will sie jetzt nicht? Sie hat eine andere Geschichte erzählt. Deswegen hat Asim erstmal gesagt, wir hören uns eure Geschichte an, dann sprechen wir nochmal mit ihr. Eigentlich solltet ihr euch hier nicht begegnen, aber es ist jetzt nun mal passiert. Es ist ärgerlich. Ich werde hinterher gelaufen übrigens, wollte ich nur sagen. Ich werde jetzt nicht da draußen stehen geblieben. Von mir aus. Und er sagt, aber, Simone, ich war doch immer gut und fair zu dir, oder? Gib mir die Chance, das zu klären und du wirst sicherlich auch die Gelegenheit haben, mit ihr zu sprechen. Ich werde ein bisschen ruhiger und sag, ey, was soll denn schon passieren, wenn wir jetzt mit der reden? Du sagst, du sagst, dich umzubringen. Ich kann mir vorstellen, dass du wütend bist. Ich würde das gerne erst prüfen. Und vielleicht dann dich erst mit ihr reden lassen, wenn du keine Knarre dabei hast. Hä? Ich trete ein bisschen näher an ihn ran, sodass er... Wobei, nee, ich weiß ja nichts davon, dass er ein bisschen... Richtig, du weißt es nicht. Stop it, you don't know it. Ich halte ihm meine Pistolen hin, alle beide, und sag, hier, guck mal, dann weißt du, du hast nichts von mir zu befürchten. Er sagt, Bruder, Bruder. Bitches, be crazy. Lass mich erst mit ihr reden. Hä? Wieso denn? Kennst du sie besser als ich oder ich? Ich war mit ihr zusammen, Mann. Ich war mit ihr... Ich habe mit ihr gelebt in der Malzfabrik. Er sagt, also, wenn ich dir jetzt sage, ich möchte zuerst mit ihr sprechen, weil sie zuerst hier war und uns eine andere Geschichte aufgetischt hat, willst du sagen, du willst zuerst mit ihr reden, bevor ich mit ihr jetzt reden kann? Großer. Du hast doch schon mit ihr geredet. Großer. Ich sage es dir jetzt doch mal. Und er wird richtig wütend. Er wird auch etwas lauter. Und er sagt, das ist sein Haus hier. Und wenn du der Meinung bist, dass du mit ihr reden willst, dann schicke ich sie dir gerne gleich raus. Aber solange sie in seinem Haus wohnt, ist er der Erste, der mit ihr spricht und der Erste, der irgendwas mit ihr klärt. Und dann schickt er sie gerne raus. Und du redest gerade mit einer dritten Person von dir selbst? Nein. Wieso? Entschuldigung. Das war dann außer dir. Toni, der ist, der mit ihr reden will und der gerade sagt, es ist sein Haus. Er redet zuerst mit ihr. Nein, nein, nein. Tut er nicht. Entschuldigung. Ich bin gewechselt gerade zwischen Meister und ihm selber. Es ist sein Haus. Er sagt, es ist mein Haus und ich spreche jetzt mit ihr. Entweder kannst du damit leben oder nicht. Geht runter und wenn ich mit ihr fertig bin, dann kannst du gerne mit ihr sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass Asim auch noch was dazu zu sagen hat. Das wirst du wohl verstehen. Na gut, na gut. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr aufgeregt. Weil, habe ich mir entweder Verräter ins Haus geholt oder eine Attentäterin? Was für eine Geschichte hat die denn aufgetischt? Na ja. Sagt er denn Verräter? Warum sagt er Verräter? Ja, was für eine Geschichte hat sie denn aufgetischt, ist die Frage. Das ist nichts, was ich jetzt mit euch hier im Flur diskutiere. Also, geht raus. Ich lasse euch dann rufen. Pssst. Hm. Er zückt einen Schlüssel und sagt, wird's jetzt? Ja, ja. Ah, gut. Er schließt auf, geht rein und schließt drinnen ab und sagt, und ihr hört ihn nur noch rufen. Was ist denn? Was ist denn? Was macht ihr denn in der Zeit? Nach draußen gehen und in die Nähe vom Balkon stellen. Ich hoffe nur was zu hören. Hm? Ich wollte fast sagen, von drinnen zu hören. Du kannst ja drinnen bleiben, aber er hat uns halt rausgeschickt. Ich glaube, er ist ein Auto-Muse an. Wir werden immer noch im Flur stehen, wenn er da rauskommt. Und wir wollen uns jetzt nicht mit Toni verscherzen. Ja, okay. Dann gehen wir raus und gucken, dass wir da was hören. Okay. Ihr geht raus, ja. Und ihr hört, wie sie schreit. Ja. Was machen die denn hier? Ich dachte, ich bin hier sicher. Ja. Und Toni sagt, was heißt denn sicher? Das sind meine Freunde. Ich dachte schon, dass sie... Was erzählst du denn jetzt für ein Quatsch? Und ihr hört richtig, wie sie in einen Seitenraum gehen und wupp einmal die Tür zugemacht wird. Was für eine Geschichte? Was hat sie denn erzählt? Weil ich meine... Hm. Ja, wir haben... Wir haben jetzt auch im Prinzip nichts dafür machen können. Der Typ, der vorne an dem Hausengang steht, euch nur rum, hat Toni auch rumbrüllen hören. Er sagt, hey Leute, von mir habt ihr nichts. Nö, da habt ihr uns selber gesagt, dass sie zu ihm gehört. Alles cool, Mann. Also... Wir haben ja offensichtlich ein kleines Missverständnis. Also... Ich hoffe, wir kriegen das gleich gelöst. Aber... Irgendwas... Ja. Plötzlich hört ihr... Oh Gott! Oh Gott! Wie Toni ruft. Ja, das hört ihr nur durchs Fenster. Ihr hört, wie innen die Tür wieder aufgeht. Er kommt runter, ja. Und hat blutige Hände. Und sagt, sie hat sich einfach erschossen! Sie hat sich einfach erschossen! Macht mal beide einen Psychology-Wurf. Holy... What? Na, 80 zu 10. Oh Mann, ey. Holy shit! Ihr geratet in Panik! Was ist denn da passiert? Die gute Eve! Ist die etwa verrückt? Ihr müsst Toni ohne sie helfen, Hilfe zu holen! Ich will vier Glückspunkte ausgeben. Also... Ah ne, es sind ja... Warte, ne... Doch, es sind vier. Es sind vier. Nee, nee. Das ist eine Sache, das muss Sandra schon... Das ist aber auch... Also gibst du 82 zu 78 und du gibst vier Glückspunkte aus. Ja, oder lässt du es mir mit einem Intelligence-Wurf pushen. Like... Klar, die sich jetzt abgeknallt. Nein? Okay. Gut. 53. Ja, das nimmst du ihm nicht ab. Das nimmst du ihm nicht ab. Das nimmst du ihm nicht ab. Das ist eine ganz komische Nummer gerade. Drei Minuten später kommt der Rote und sie hat sich in den Kopf geschossen. Wieso hat sie sich erschossen? Was ist denn passiert? Was hat das passiert? Ich hab sie konfrontiert. Ich hab gesagt, das ist ein guter Freund von mir, die Simone. Was erzählst du denn? Du hast gesagt, dass die uns gegeneinander aufhetzen wollen. Und ich hab gesagt, du hast versucht Simone umzubringen. Versuchst du meine Familie umzubringen? Und dann hat sie gesagt, nein. Und blablabla. Und dann hat sie mit ihrer Pistole rumgefuchtelt. Und dann wollte ich... Ich wollte sie ja abnehmen. Und dann hat sie geguckt und dann... Ohhhh. Und er setzt sich hin und... Ohhhh. Aber was... Aber was für ne... Was hat sie denn für ne Geschichte erzählt? Was zur Hölle? Sie hat uns erzählt, dass... Dass ihr mit der JVA zusammenarbeiten wolltet. Deswegen ist sie geflohen und zurückgekommen. Und hat euch ganz schön in die Pfanne gehauen. Dass ihr euch nur Waffen und sowas von denen holt. Und dass es bald mit uns zu Ende ist. Was für ein Blödsinn. Aber... Was? Wie kommt sie denn auf sowas? Ich versteh das überhaupt nicht. Weiß ich doch nicht. Ohhhh. Er sagt irgendwas auf Arabisch zu dem Tuch. Und er nickt es ab. Und er sagt... Ich brauche Hilfe. Da muss sich jetzt jemand drum kümmern. Die gute Eve. Wir kennen uns schon ein bisschen. Wir haben lange füreinander gearbeitet. Deswegen... Asim wollte euch gar nicht erst hier reinlassen. Aber ich hab gesagt, wir hören uns erst deren Geschichten an. Wir sollten sie mit offenen Händen hier empfangen. Sagt er. Hm. Ich klappe auf die Schulter und gehe mit ihm so ein bisschen weg. Er sagt... Bruder, ich wusste nicht, dass ihr was zusammen... Ich wusste das, ne? Aber... Setz dich erstmal hin. Rauch erstmal eine. Du musst, glaube ich, erstmal durchatmen. Und ich würde mit ihm so weggehen und kurz für ihn da sein. Quasi. Er ist ja auch offensichtlich aufgebracht. Ah, Bruder, Bruder. Er umarmt dich und sagt so... Kloppt so und sagt so... Die Weiber sind alle verrückt. Die Weiber sind alle verrückt. Sagt er. Die hat sich einfach vor deinen Augen so... Ich würde mir... Ich würde gerne... Nein, wir sind ins Handgemenge gekommen. Und sie hat einfach abgedrückt. Und ich hab halt... Wie beim Kung Fu ihr die Hand weggeschlagen. Und dann hat sie sich selbst in den Kopf geschossen. Ich würde... Es ging so schnell. Ich würde... Die Sicherheitsmänner laufen jetzt hoch, oder? Naja, genau. Der Dud hat jetzt zwei, drei Leute geholt. Ja. Und die gehen jetzt da hoch. Ich würde fragen, ob ich auch helfen soll. Alles gut. Sie klären das. Schade. Aber du kannst... Wenn du mit hochgerannt wärst... Kannst du nur reingehen und gucken, wenn dich das interessiert. Ja, genau. Ich wäre einfach hinterhergekommen. Ich kann ja auch beim Saubermachen helfen. Ich meine, ich hab gerade der hier... Simone ist gerade eh ein bisschen mit Toni beschäftigt, den zu beruhigen. Vielleicht kann ich irgendwie behilflich sein euch. Okay. Ich geb dir jetzt, während ihr drin steht, bevor sie dich rausschicken. Weil die sagen, jetzt hast du hier nichts zu suchen. Okay. Lass ich dich einen... Also du gehst in den Raum mit rein, ja. Und sie stehen... Sie liegt in der Küche, ja. Auf dem Boden. Vor so einem Schrank zusammengesackt, ja. Und hat einen Schuss in der Stirn. Und der Rest ist hinten an der Wand und an die Möbel verteilt. Mhm. Was für einen Wurf möchtest du denn da drauf anwenden? Na, die Frage ist, ob das jetzt ein Spot-Hidden-Wurf wäre. Oder ob du sagst, das ist was sehr Spezielles, jetzt irgendwie mit einem Blick das Tatgeschehen mal zu vollziehen. Ob das ein Kriminologie- oder ein Spot-Hidden-Wurf ist, hätte ich jetzt vorgeschlagen. Ich würde für den Kriminologie-Wurf sehen. Weil, dass sie in den Kopf geschossen wurde, das siehst du. Ja. Och, guck. Oh. 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 Drei Glückspunkte? Wenn man ein bisschen mehr Glück hätte, ne? Ja, die Frage ist, ob mir das jetzt reicht, zu wissen, dass ich denke, dass er lügt. Ich habe das jetzt einmal gesehen, aber okay, der hat einen planken Kopfschuss. Und klar, jetzt über die genauen Details, wie das jetzt vorabgelaufen ist, weiß ich dann nichts. Aber ich glaube, ich weiß genug, oder? Naja, wenn du die drei Punkte nicht ausgibst, weiß Sandra Berger leider nicht genug. Weil dann ist es für sie halt, wahrscheinlich hat sie sich dann Querschläger in den Kopf. Also, der Wurf sagt ja, dass du es nicht durchschaut hast. Na gut. Na gut. Ich will das ja schon wissen. Also. Ja, drei Punkte. Es läuft richtig gut heute mit Molly. Yes. Ich habe so viel Glück heute rausgegeben, wie, weiß ich nicht. Ich spare heute das ganze Spiel noch nicht. Ach, der Dennis hat die Wanderung nämlich schon mal voll gemacht. Ich habe immer noch 50. Du hast immer noch 50. Es ist immer noch okay. Gut. Ja. Also, du siehst ja, während sie die Leiche einpacken, ja, das ist ein frontaler Kopfschuss gewesen. Also, das heißt, die Kugel verzieht gar nicht, ja. Sondern du siehst das Projektil sozusagen hinter dir im Schrank noch stecken, ja. Wenn du die Tür aufmachst, ja, sie ist noch insteckt im Schrank. Und es sieht aus, als wäre ihr frontal in den Kopf geschossen worden. Es ist sehr unwahrscheinlich, wie er sagt, dass es bei einem Schlag sozusagen abgewehrt wurde und sie sich dabei selbst in den Kopf geschossen hätte. Also, du bist hier mit dem, was du gesehen hast, bist du dir absolut sicher, sie hat sich nicht selbst in den Kopf geschossen. So, die Frage ist, hat er uns den Arsch gerettet oder hat er verhindert, dass er aufliegt? Das ist jetzt die große Frage. Also, natürlich hat er sie gezielt ausgeschaltet. Ja, ja, aber um irgendwie uns zu helfen oder um sich zu helfen. Das besprechen wir am besten, wann anders. Das war jetzt auch nur mein innerer Gedanke gerade. Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Weil, also, jetzt mal, ne, OOC, diese Infos, das war ja zu einem Zeitpunkt, wo wir noch überhaupt nicht wieder, also klar, wir hatten diesen Deal, aber das können die sich jetzt ja auch denken, dass wir einen Deal machen wollten, aber nicht, also zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht, also wir hatten ja nicht vor mit der JVA, wir wollten den Deal machen und wollten dann auch nicht mehr mit der JVA zu tun haben. Und deswegen verstehe ich gar nicht, was das für Infos sind, die sie da haben wollte. Das ist weird. Wir wechseln einmal kurz die Szenerie, ja. Du erreichst dieses Pokerspiel und du siehst Asim mit diesem Champ, ja, der da auch sitzt, ja. Es wird Kokain genommen, es werden Pillen eingeschmissen, die beiden Gorillas sind da zum Schutze und ansonsten, das sind so, so wie du es raushörst, die Leute, die mit Asim dort sitzen, das sind so seine Captains, seine Teamführer, ja, die jeder einzelne von den Leuten, die mit ihm am Tisch sitzen, ist irgendwie Boss von 10, 15, 20 Mann und die führen die einzelnen Dinge und die spielen da und er stellt dich vor und ist der Doc. Und während ihr noch in der Bar steht, ja, ihr unterhaltet euch ein bisschen, das Pokern ist, er sagt, das ist nur nebensächlich, ne, hier wird ja auch um Geld gespielt, aber es ist, wir freuen uns, ich wollte dich einführen, das sind hier die netteren Leute, ja, weil der Boss wird nicht ewig leben und irgendwann wird es jemand übernehmen müssen und wahrscheinlich wird es sein Sohn sein, ja. Also, am besten sprechen wir direkt miteinander und er sagt, ich hab dir einen Job angeboten und wenn du sagst, du willst den annehmen unter den Bedingungen, die du mir genannt hast, dann soll es so sein. Aber was ich noch gerne wissen möchte, bevor wir uns die Hand geben und einen Schwur darauf leisten, dass wir gegenseitig loyal zueinander sind. Hm. Was ist genau passiert? Ihr seid reingefahren, eine Bombe explodiert, plötzlich befreien sich Leute, der Arzt steht da. Die Geschichte ist nicht gut genug, als dass ich euch hier einfach reinlasse in mein Haus. Nun. Ich habe nämlich eine Geschichte von jemand anderes erzählt bekommen und die klingt anders. Hm. Hm. Tja, also die Geschichte aus meinem Blickwinkel ist, ich sitze in meiner Zelle, weil ich ein Gefangener, der JVA bin. Ein Arbeitsgefangener könnte man sagen, denn mein Handwerk ist gerade sehr viel wert. Ich höre eine Explosion aus meiner Zelle. Ich werde gerufen, um Verwundete zu verpflegen und plötzlich eskaliert die Lage und dieser Typ, Benedikt, das ist so ein Aufseher, soll wahrscheinlich irgendwie die rechte Hand von, ach wie hieß er noch gleich, Volksmann hieß er, der Gefängniswärter. Der Typ schnappt mich, diese Situation eskaliert, es werden Schüsse ausgetauscht, wir steigen diese klapprige Schrottkiste und fliehen aus dem Gefängnis. Ein paar Minuten später, ein paar Stunden später, haben wir einen Unfall auf der Straße und der erste von uns stirbt. Und, nun ja, was soll ich sagen? Dann kommt Simone auf die Idee, wir haben nur eine einzige Möglichkeit, das ist das Nächste, was wir tun sollen und ich habe einen Freund dort, dort und dort und dieser Toni und der wird uns helfen und nun ja, jetzt bin ich hier. Mehr oder weniger werde ich die ganze Zeit mitgeschleift, aber hier scheint es, und ich deute mich herum, zumindest ein kleines bisschen besser zu sein als dort, wo ich gerade gehalten wurde, wie ein Tier. Und dieser Simone, der war einfach im Hof, ja, als die Bombe hochging. Wir haben uns nur kurz unterhalten, die haben wohl eine Lieferung abgegeben? Ja, sie kam von hier. Sie kam von hier. Oh, die Medikamente kamen von euch, deswegen habt ihr so eine gute Ausstattung, sage ich. Ihr habt mir die Medikamente geliefert, die ich bestellt habe für die JVA, die ich bestellen durfte, bestellen sollte. Also, dann erkläre mir doch nochmal genau, wie kommt es, dass derjenige, der eine Bombe mit in die JVA bringt, der Erste ist, der die Möglichkeit ergreifen kann zu fliehen? Also, was ich gesehen habe im Hof ist, dass ein einziges Auto explodiert ist. Und ich habe, ich bin nicht oft im Hof, verstehen Sie? Ich bin eigentlich relativ, komme ich in irgendwelche Zellen rein oder was auch immer. Und als ich dort reinkam, brannte ein Auto aus. Es lagen Menschen am Boden, einer in der Mitte geteilt. Und ja, was soll ich sagen? Alle Leute in Panik, weil eine Bombe explodiert ist und es brennt, es ist neben mir, ich stehe unter Druck. Hm. Was ich sagen kann ist, in dieser JVA stehen hauptsächlich gepanzerte Fahrzeuge. Fahrzeuge mit Wasserwerfern, Fahrzeuge, die für den Einsatz gegen Menschen gemacht sind oder zum Schutz der Menschen darin. Zwei Autos habe ich gesehen, die eben nicht dazu gehört haben. Aha. Ich gehe mir davon aus, dass diese beiden Autos in diesen Hof eingefahren sind. Aha. Und eins davon hat gebrannt. Oder sagen wir es mal so, die Überreste davon haben gebrannt. Okay. Er lächelt dich an und sagt, das ist alles, was ich wissen wollte. Trinken Sie. Trinken Sie Scotch. Er schaut dich an. Ich trinke relativ selten Alkohol, muss ich sagen. Fit bleiben im Kopf. Fit bleiben im Kopf. Niemals zittrig sein. Er sagt noch ein Gin Tonic. Er sagt, gut, gut. Was schwebt Ihnen denn vor? Wie viele Zimmer brauchen Sie denn? Und er klopft dir auf die Schulter. Ich glaube, wir haben eine großartige Zukunft vor. Ich sage, ich hätte gerne ein Schlafzimmer, ich hätte gerne einen Wohnraum und ich hätte gerne einen Arbeitsraum, wo ich vielleicht Patientenakt noch aufbewahren könnte. Ich glaube, das ist im Interessen alle hier, dass wir sowas haben. Nicht wahr? Absolut. Absolut. Gut. Dann, lernen Sie die Leute doch einmal hier kennen. Und ihr unterhaltet euch noch ein bisschen. Ihr stellt euch den einzelnen Leuten vor. Der Erste sagt direkt, Dicker, guck mal, ich habe hier einen Ausschlag. Kannst du mal gucken? Das wird ein bisschen Spaß gemacht. Du lernst die Leute kennen. Und die Leute sind automatisch alle sofort nett. Weil, wenn du der neue Doc bist, bist du auch in Zukunft derjenige, der Medikamente zuteilt, aufteilt, die Erlaubnisse erteilt und ähnliches. Weil vorher hat jeder das gekriegt, der es verwaltet hat und jetzt ist halt ein Arzt, ein richtiger Arzt da, ein Chefarzt. Er erzählt ja auch, dass es hier schon fünf, sechs, sieben Ärzte gibt, aber es sind halt Studenten teilweise, medizinisches Zusatzpersonal, Pflegekräfte und ähnliches. Aber so richtige Ärzte, sie haben halt ein, zwei Ärzte, aber keine Chirurgen und du sollst die Leute natürlich ausbilden hier. Und während ihr davon sprecht, rennt irgendwann jemand den Flur hoch und sagt, eine von Tunis Mädchen ist tot. Hörst du, wie du es sagst? Und guckt dich an und sagt, die anderen sind auch da, die Neuen. Und Nassim sagt, ich komme. Welches denn seiner Mädchen ist tot? Und das, was er sagt, sagt er in Arabisch. Okay, er nickt das ab und sagt, spielen sie noch ein bisschen. Und ich lädte mich zurück, weil ich denke mir erstmal nichts dabei und sag, naja, wenn ihr medizinische Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid, nicht wahr? Und wir sollten uns morgen definitiv darüber unterhalten, wer mir zur Verfügung steht. Nassim sagt, wenn sie die Leute nicht von den Toten zurückholen können, dann glaube ich, haben wir nichts mehr für sie zu tun heute. Ich bin kein Wunderheiler. Entspannen sie sich, nehmen sie sich Wasser, Saft mit in ihre Unterkunft. So, wir blenden einmal zurück, während ihr da chillt, unten vor dem Haus. Was? Toni raucht auch eine Zigarette. Und wollt ihr jetzt schnell darauf reagieren, irgendetwas zu tun? Oder, erzählt mal, was macht ihr? Äh... Bleibt ihr bei Toni reagieren? Ja, also ich würde... Oder wartet ihr einfach darauf, bis Toni sich beruhigt hat, oder wollt ihr schneller jetzt irgendwie gehen? Also, ich sitze jetzt gerade mit Toni und so, um Sandra eigentlich Zeit zu verschaffen, sich das ein bisschen anzugucken. Ne, ich bin ja dann rausgeschickt worden, ich konnte ja gar nicht viel. Ich würde dann auch zurückkommen zu den beiden, das ist geil. Äh... Ich habe ein bisschen Angst jetzt, ehrlich gesagt, nach dem, was ich gerade UOC gehört habe, leider nur. Ähm... Also, ich habe ein Full House. Äh... Ähm... Ich würde mich halt zu Simone gewählen und halt warten, weil... Ja. Ich weiß nicht, ich würde nichts sagen natürlich zu dem, was ich von der Erkenntnis hatte, und wie gesagt, ich versuche halt... Ich bin halt unschlüssig, ob er seinen Arsch gerettet hat, oder ob er unseren Arsch gerettet hat, und was für eine Info Eve hatte, die wir zu dem Zeitpunkt selber noch nicht hatten. Ähm... Und was der Vogel, der erzählt hat vielleicht, als er mit ihr im Bett gelandet ist, ey, keine Ahnung, ich... Man weiß es nicht. Ich bin in Gedanken versunken. Du bist in Gedanken versunken. So zwei, drei Minuten später seht ihr, wie Asim und seine beiden Privat-Gorillas, äh, da langstampfen, vorbeikommen. Und, ähm... Nun ja. Asim nähert sich euch. Schaut euch einmal an. Schaut Toni an. Toni hat so... Hat, äh... Tränen in den Augen und ist schon so ein bisschen... Ist schon fertig, ja. Und er sagt, Toni... Was passiert? Er hat sich in den Kopf geschossen. Ich wollte wissen, was... Was mit dem Mädchen ist. Weil sie hat ja uns eindeutig Bullshit erzählt. Asim sagt, ja... Ich guck mir das mal an. Toni, geh dich waschen. Simone. Sandra. Ihr könnt hier nichts mehr tun. Vielen Dank. Ihr seid hier herzlich willkommen. Danke. Entschuldigt, dass ihr sowas an eurem ersten Tag miterleben müsst. Naja. Wenigstens sind wir damals sicher auch mitten in die Luft geflogen. Naja. Gut. Dann... Entfernt ihr euch. Gehen wir auf unser Zimmer, ja. Und geht auf euer Zimmer. Chillt dort ein bisschen. Möchtet ihr irgendetwas tun, während ihr da seid? Ähm... Denn der Dock ist nicht da. Der gute Lichtenberg. Ja, naja. Ich würde halt natürlich Simone stecken, dass... Ähm... Ich... 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 Würdest du mal auf Wanzen durchsuchen. Ähm... Ja, du verbringst damit ein bisschen Zeit, ja. Weil es geht ja nicht schnell, ne. Es ist keine Drei-Minuten-Sache. Würde ich ihr helfen? Nach einer Stunde seid ihr euch sicher, die Wohnung ist nicht verwanzt. Okay, wir machen. Ja, und dann würde ich halt Simone... Sie müssen nicht drauf würfeln, ja? Nein. Okay. Okay. Ich würde Simone stecken, dass die Geschichte von Toni nicht stimmen kann. Und dass er sie wahrscheinlich umgebracht hat. Was? Ja. Was? Ja. Ich... Ich bin mir... Ich bin mir nur nicht sicher, ob er da mit unseren Arsch retten wollte. Aber er wirkte so vertrauenswürdig. Es hat ihn doch offensichtlich selber total mitgenommen. Nur weil sie ihn mitgenommen hat, heißt das nicht, dass er es nicht war. Es tut mir leid, um das jetzt als Polizistin dir zu sagen. Aber viele Täter begehen Taten, obwohl sie es bereuen. Obwohl sie eigentlich das lieber anders hätten. Was geht denn hier vor? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warum hat er auch seinen Bruder angelogen dann? Da hat er ja auch gesagt, er hätte sie erschossen. Wie gesagt... Sonst hätte er doch auf Arabisch irgendwas gesagt. So, ey, ich musste sie aus dem Weg räumen oder so. Ich weiß nicht, ob er unseren Arsch retten wollte. Und stattdessen hat er gesagt, sie hat sich erschossen. Ich weiß nicht. Hat auch was hat angelogen. Warum? Sei leise. Ich weiß nicht, ob er seinen Arsch retten will. Weil er irgendwas damit zu tun hat. Oder irgendwas mit ihr gemauschelt hat. Ey, weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Oder ob er unseren Arsch retten wollte, damit sie bei Asim keinen Unsinn über uns erzählt. Und was ich auch nicht verstehe. Wenn die behauptet hat, wir würden mit der JVA gemeinsame Sachen machen. Zu einem Zeitpunkt, wo sie schon längst nicht mehr bei uns war. Was heißt das? Heißt das... Erstmal kannst du ja nicht... Das hat dir Toni erzählt, dass sie das erzählt hat. Naja, das hat er ja jetzt schon so vor sich hin geprabbelt, oder? Ja. Ja. Das hast du auch gehört. Ja, aber wenn wir Toni nicht mehr glauben, dann wird er sich auch das ausgedacht haben wahrscheinlich. Die Wahrheit wird eine völlig andere sein. Und zwar muss Toni involviert sein in die Sachen mit den scheiß Bomben. Und vielleicht... Genau das meine ich ja. Ne? Aber es scheint wohl schon... Aber die anderen wissen davon nichts. Ja. Seine Familie. Das war sein eigenes Ding. Und du kennst Toni besser als ich. Warum sollte er das machen? Jetzt muss ich kurz überlegen... Warum will er seine eigene... Warum will er einen Krieg zwischen dem Clan und der JVA? Warum will er das vom Zaun brechen? Und ich meine, die Bombe an unserem Auto ist nicht hochgegangen. Das heißt, vielleicht hat er die noch deaktiviert, weil er gesehen hat, du bist in dem Auto, weil du sein Kumpel bist. Aber eigentlich hätten ja beide hochgehen sollen. Ja, genau. Also das deutet halt alles darauf hin, dass es Toni war, dass Yves es für ihn gemacht hat. Ähm, irgendwie. Oder zumindest eingeweiht war und er sie jetzt aus dem Weg geschafft hat. Ja, das würde bedeuten, dass Yves die Doppelagentin irgendwie bei uns sogar Malzfabrik war. Wir wissen aber auch nicht, was Vogel ihr erzählt hat, als die zusammen die Nacht verbracht haben, bevor sie mitgefahren ist. Aber ich kriege das noch nicht so ganz zusammen. Irgendwie. Nee, sie wirkt irgendwie wie eine Spionin, die für Toni selbst arbeitet. Und die Frage ist, was will Toni? Was könnte er wollen? Also, ich meine, wie steht er denn in der Rangfolge? Irgendwie so in der Mitte oder eher so ganz weit oben? Es müssten eine Menge Cousins sterben, bis er Boss wird. Äh, ja, ich meine, vielleicht hat er Ambitionen, vielleicht... Aber wirkt er so auf dich? Ist er nicht eher so der Party-Typ, der die Position zwar genießt, aber nicht unbedingt jetzt der Schatt? Also, vielleicht täuscht er auch, ne? Der die Gagsis halt von seiner Familie gemobbt wird, weil er ein bisschen untersetzt wird. Ist nicht geil, aber... Ich meine, ne, vielleicht hat er einen tiefliegenden Hass gegen seine Familie. Ich weiß es nicht, so wirkt er eigentlich auch nicht. Erzählst du mir das, was du gesehen hast eigentlich noch? Äh... Erzählst du mir, dass Toni schwul ist eigentlich mal? Oder was meinst du? Ich... Ich meine... Vielleicht hat er was gegen seine Familie. Vielleicht wird er nicht akzeptiert. Aber warum... Aber was hilft es ihm denn dann? Ein Schreif? Okay, na gut, dann sag ich dir... Weißt du eigentlich, dass Toni eine Crush auf dich hat? Und es ist... Das ist halt ein Frauengeheimnis. Das ist ein Frauengeheimnis. Ich weiß nicht, warum du das wissen solltest. Äh... Das ist... Das ist vielleicht für ihn ein bisschen mehr als eine Bromance ist. Was? Toni ist schwul? Keine Ahnung, vielleicht... Aber der ist total männlich. Hast du mal gesehen, wie der sich anzieht? Kannst du eigentlich auch was anderes als blöde Vorurteile zu haben aus dem 20. Jahrhundert? Was ist denn da los? Blöde Vorurteile. Erstmal ist das 20. Jahrhundert noch nicht so lange her. Ja? Es war... Es war ein gutes Jahrhundert. Es hat uns... Es hat uns viel gegeben. Ja. Ist klar. Die... Die UN... Lass das jetzt nicht zu einer politischen Diskussion machen. Ich weiß, du studierst... Was siehst du eigentlich? Geschichte. Okay, Geschichte. Ja. Aber jetzt... Okay, also... Wir müssen auch gar nicht über Toni Sexualität reden. Ich dachte, vielleicht solltest du das wissen, dass er ein bisschen mehr auf dich steht, als nur, dass du sein Buddy bist. Aber... Aber warum hat der dann überall hier Frauen und so? Und dann lügt er seine... Es gibt mehrere Dinge, die man sein kann. Meine Güte. Dann lügt er dann seine Familie im Prinzip komplett an darüber, wer er ist. Führt er schon seit Jahren dann dort die Leben. Ja, wenn ich der erste Mensch, der das tut. Das wäre nicht der erste Mensch, der das tut. Aber jetzt... Das tut ja nichts. Ich dachte, vielleicht solltest du das wissen. Hm. Hm. Jetzt denkst du so darüber nach... Ja, wenn Simone so darüber nachdenkt, sagst du so... Ja, er hätte mit vielen Aufträgen schon einen Gefallen getan. Als du nach dem Geld für deine Eltern gefragt hast, hat er auch sofort reagiert. Natürlich hast du auch schon Dinge für ihn erledigt. Aber die kleinen Geschenke, die VIP-Karten, die Einladung... Ja, Toni war schon immer gut zu dir. Hm. So, aber jetzt ist die Frage... Erzählst du das, was du gesehen hast, oder erzählst du das nicht? Was meinst du, sorry, was ich gesehen habe? Das alte... Mit wem er sich getroffen hat, also sich nochmal mit dieser Frau... Achso, Entschuldigung. Ja, ich habe ja sogar ein Foto gemacht. Natürlich würde ich sie zeigen. Okay. Ich habe gerade nicht daran gedacht, weil ich aus der Bahn war. Ja. Weil du unbedingt bist, weil ich dir unbedingt sagen sollte, dass Toni auf dich steht. Ja. Ja, dann zeige ich dir das auch noch. Und ne... Ähm... Keine Ahnung. Wer weiß. Vielleicht war das auch... Also das... Die reden hier alle über Tonis Mädels, Tonis Frauen. Vielleicht sind das seine Agenten irgendwie. Vielleicht agiert er hier gegen seine Familie. Wer weiß. Vielleicht hat der Informationen verkauft an die JVA. Keine Ahnung. Hm. Hm. Ich schwenke nochmal kurz rüber. Ich schwenke nochmal kurz rüber. Ja. Irgendwann kommt ein Handlanger hochgerannt und einer von den Leuten sagt so... Mann, kann man hier nicht in Ruhe Poker spielen? Nein. Und ähm... Was? Der Cem, ja, der sich schon auch bereit macht, der die rechte Hand von Asim, ja, will schon mit dem Booten schrägern. Der Bote schüttelt den Kopf und kommt zu dir von Lichtenberg. Ja. Und sagt... Okay. Dem Gefangenen im großen Saal geht es nicht gut. Ich glaube, er braucht einen Arzt. Na dann, dann wollen wir gar nicht lange warten. Glück für Sie, meine Herren. Ich glaube, ich hätte diese Runde gewonnen und lege das Blatt offen. Hm. Die schauen und sagen so, dieser Hund hätte uns ausgenommen. Dieser Hund! Nun denn. Los geht's. Nun denn. Du gehst und Cem begleitet dich. Kein Gorilla ist diesmal dabei, sondern nur Cem. Und sozusagen der Angestellte. Der Käfig ist schon unten und zwei Wachleute skrölzen davor. Du schaust, äh, der Patient ist so unterzuckert, so, äh, so dehydriert, ja. Ähm. Er hat auf jeden Fall die Ohnmacht verloren. Und als du ihn, äh, genauer untersuchst, Augen und Reaktionstests machen, du würdest sagen, er befindet sich gerade im Koma. Ja, das teile ich natürlich sofort. Und ich sage, wie kann es denn so weiter dazu kommen? Ähm. Bereiten Sie dem Mann, wenn er schon eingesperrt muss, eine Zelle vor. Und bringen Sie mir eine Suppe. Suppe muss es sein. Auf jeden Fall schnell. Und eine Natrium-Kochsalzlösung. Sofort. Mhm. Das wird alles eingeläutet und er wird auf die Krankenstation gebracht, ja. Und, ähm, er wird viel, also er wird, äh, äh, wird im Raum steht ein Wachmann. Vor dem Raum steht ein Wachmann und im Flur zu diesem Raum steht auch nochmal ein bewaffneter Wachmann, ja. Also das ist, der wird mehr gesichert als alles andere, ja. Und, äh, du untersuchst ihn und er muss jetzt ein bisschen genesen, ja. Du merkst das. Der wäre, der wäre den sonst jetzt abgenippelt. Hätte das, hätte man ihn nicht gecheckt, wäre er jetzt abgenippelt. Und du forderst auf jeden Fall, dass, äh, wenn der nochmal aufwachen soll, wenn es überhaupt nochmal tut, dann müssen ihm andere Bedingungen gegeben werden. Ansonsten können wir gleich im Hof ein Loch graben und ihn zu vergraben. Ja. Genau. Ich würde sogar vielleicht sagen, dass ich, äh, immer mindestens jede Stunde nach ihm schauen darf, wenn ich... Sie sind der Doktor, er ist wichtig für uns. Ja, definitiv. Du hast jetzt unbegrenzten Zugang auf die, äh, auf die, auf die, auf die Medizinstationen, aber, ähm, sie ist halt schwer bewacht, ne? Also im Raum, vor dem Raum und vor dem Gang. Also drei Wachleute. Drei Wachleute. Mhm. Haben die, wenn ich fragen darf, was ist das für eine Bewaffnung, haben die Piu-Piu neuen Pistolenschuss oder haben die Piu-Piu-Piu-Piu-Piu Maschinengewehre? Die Leute im Raum, ja, also sowohl, also der, 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 der Mann, der drin steht, hat eine Piu-Piu, äh, Peng-Peng-Pistole, der Mann, der im Flur steht, hat nur einen Knüppel, weil der gehört zur allgemeinen Inneren und so, und der Mann, der vor dem Flur sozusagen in dem Gebäude vor dem Hang, der steht, hat eine Piu-Piu-Piu-Piu-Peng-Peng-Waffe. Okay. Alles klar. Aber keine, aber keine Piu-Piu-Piu, ja, also, sondern nur so Piu-Piu-Piu-Piu. Ja, genau. Okay, perfekt. Genau, also ne AK-47, sehr schön. Weil alle Terroristen sowas haben, richtig? Ganz genau, richtig. Kleiner Scherz. Nein. Tatsächlich führen sie deutsche Waffen. Also deutsche Hersteller. M15? M15? M15 oder was? Die M15, äh, die MP5 zum Beispiel ist eine deutsche Waffe. Okay, gut, dann machen wir sowas. Ja, perfekt. Ähm, genau. Wollte halt nur wissen, ob es halt wirklich ein Sturmgewehr ist, oder ob es vielleicht nur eine Uzi ist, sowas von der Art, ne? Das ist natürlich wichtig zu wissen. Schnellfeuergewehr, das muss dir reichen. Okay, perfekt. Sozusagen. Gut. Ähm, dann würde ich mich, ach, so wie ich das immer mache, duschen gehen, natürlich. Na, fertig machen, weil es jetzt natürlich ein aggressiver Einsatz ist. Ich nehme an, dass ich erkannt habe, dass es zufriedrig ist, ja? Ja, 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 du hast erkannt, dass es zufriedrig ist, aber du lässt dir natürlich auch nichts anmerken. Natürlich nicht. Äh, gut. Das wäre eigentlich jetzt, wo du es angesprochen hast, wäre eigentlich doch mal eine gute Gelegenheit, während du ihn behandelst, vielleicht einen, 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 sowas wie einen Performance-Wurf zu machen, sowas wie auch Schauspielerei, ob du das denn gut hinkriegst mit Advantage. Das ist doch was, was du würfeln könntest, das fände ich gut. Performance? Das gibt's hier gar nicht. Das gibt's hier gar nicht. Doch. Fast Talk gibt's, was manchmal so ein bisschen als Schauspiel nachgenommen wird. Ja, dass wir überzeugen, überreden, ne? Äh. Überreden. Ja, überreden. Überreden, glaube ich. Du musst hier aber niemanden überreden, sondern es geht hier eher darum... Ne, also es gibt da kein wirkliches Skill für tatsächlich. Überreden ist aber nur die Übersetzung von Fast Talk. Ja, ja, ja. Du könntest ihn dann halt auf Power oder Sanity würfeln lassen, um zu gucken, ob er sich zusammennehmen kann, äh, bei diesem Anblick oder so, so wie du es bei mir gemacht hast teilweise. Das wäre für mich nichts Neues, ich bin Mediziner. Das ist nicht das, das ist nicht das Problem. Ne, ne, dass es halt Friedrich ist. Ja, ja. Genau. Oder, ähm... Ich würde dich da auf Fast Talk drauf würfeln lassen, weil es eine Performance... Es geht dir nicht darum, jetzt gerade irgendjemanden zu überzeugen, sondern es geht nur darum, das zu untermauern, dass du ihn nicht kennst. Ja. Und das sollte nicht schwer sein und dass es im richtigen Moment vielleicht etwas sagen, deswegen nimm ruhig deinen stärkeren Fast Talk wert dafür. Okay, und, äh, mit Advantage meintest du auch, ja? Mit Advantage. Dabei sollte jetzt auch nichts schief gehen. Ja, also es ist nicht... Uh, 26 zu 41 schon mal ein Success. Das ist super. Schon mal geschafft, das ist gut. Gott sei Dank. Äh, 92 zu 41 ist kein guter Erfolg, aber immerhin habe ich es geschafft. Ja, genau. Ja, das merkt noch keiner. Es ist dementsprechend alles gut, ja? Und, ähm, später abends kommst du zurück in die Wohnung und Simone und Sandra, äh, sitzen dort und, äh, tauschen gerade Informationen aus. Du siehst, der Simone hat irgendwelche Fotos gemacht, äh, und Sandra, äh, mit ihrem Gläschen Wein vielleicht in der Hand, äh, sagt sowas zu Simone wie, das hast du nicht gemerkt? Wie dekadent. Wie dekadent. Äh, ja. Du stellst mich auf jeden Fall hin und sag, störe ich euch beide? Wollt ihr allein sein? Äh, nein, komm dazu. Wir haben... Es hat Entwicklungen gegeben, die... Weiß ich nicht, ob die für uns gut oder schlecht sind, aber, ähm... Hey, cool, solche Informationen habe ich auch. Ich nehme mir, wenn es sowas gibt wie eine Wasser aus einer Plastikflasche aus dem Kühlschrank oder sowas, sowas wird es ja wahrscheinlich da geben. Oder wenn es halt nicht aus dem Kühlschrank ist, auf jeden Fall... Es kommt Wasser aus dem Wasserhahn hier. Okay, na gut, aber... Man weiß ja auch nicht... Ich bin ja gerade eher dazu geneigt, nicht Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, sondern tatsächlich abgefülltes Flaschen Wasser. Ihr habt... Du bist in der Apokalypse, Mann. Zieh dir mal den Stock aus dem Arsch. Also ihr habt... Ja, aber was ist, wenn das Virus zum Beispiel im Wasser vertragen wird? Ich bin Epidemiolog. Ihr habt eine Karaffe mit Wasser, die ist noch gefüllt. Aber ihr habt keine abgepackten Glas- oder Plastikflaschen dort. Also... Diese Welt geht vor die Hunde. Okay, gut, dann trinke ich halt Wasser aus der Karaffe. Kein Problem. Ähm... Setz mich hin und sag... Bäh, das ist ja Evian! Bäh! Bäh! Französisches Wasser! Bäh! 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 Aber okay. Na, man will sich auch nicht beschweren. Natürlich nicht. Ähm... Ich leg mich zurück und sag... Ich hab Frisic gesehen. Ihm geht's nicht gut. Oh nein! War halt kurz vor Komatisch. Er war halt... Nein! Hast du... Ist er... Ist er okay? Also ist er stabil? Oder... Aus medizinischer Sicht würde ich sagen, dass er kurz davor war zu verhungern und sein Körper kollabiert. Warum machen die denn das mit ihm? Gute Frage. Aber auf jeden Fall scheint er wichtig genug zu sein, dass man ihn retten darf. Ach, wie gut, dass du da bist! Und jetzt die guten Nachrichten. Ihm geht es ein bisschen besser und er liegt jetzt nicht mehr in einem Käfig, sondern auf einer Krankenstation. Allerdings bewacht von drei Leuten. Und ich teile meine Infos, was das für Leute sind, wie die da stehen und ähm... Sag auch, dass er noch nicht bei Bewusstsein ist und wir eventuell damit eine Chance hätten ihn zu befreien. Eventuell. Ja? Wenn wir durch die drei Wachen durchkommen irgendwie. Naja, wir sind auf einer Krankenstation. Wir können ihnen irgendwie Betäubungsmittel vielleicht geben. Mhm. Wir ist gut. Ja, ich weiß nicht. Oder... Der Arzt lässt sich von ihm... Wie auch immer ihr noch mitnehmen, ne, Simone? Oder... Oder aber... Und das sage ich jetzt so, wie es ist. Die Gelegenheit steht sehr, sehr günstig. Wie gesagt, Organversagen. Kommt sehr häufig vor. Auch, dass das Herz versagt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich auf meiner Medikamentenliste für die JVA ein ganz bestimmtes Medikament gesetzt habe, was den Puls... runtersetzt, ja. Sehr gut. Ich bin leider kein Anästhesist, ja. Aber gut und vernünftig dosiert könnte man den Puls so weit nach unten bringen, dass es wirkt, als wäre die Person tot. Eine Art Scheintod auslösen zum Beispiel, was vielleicht eine Möglichkeit wäre, um ihn da rauszubringen. Eventuell. Allerdings nicht in diesem Zustand. Absolut noch nicht in diesem Zustand. Überlebt er das, ne, wenn er grad aus dem Koma raus ist? Vor allem leben wir gerade in einer Welt, in der man sicher geht durch einen Double Tap, ja? Ja, das stimmt. Äh, wäre es vielleicht eine Alternative, ihn vielleicht einen medizinischen Notfall vorzutäuschen, sodass er zum Operationssaal muss? Und ihn dann rauszuschaffen? Also die Leute, die da draußen stehen, wollen ihn bestimmt nicht abstechen. Äh, ist ihnen nicht wichtig genug, dass sie was zu essen bekommen, aber wichtig genug, dass sie ihn auf jeden Fall am Leben erhalten. Mhm. Und ein Nierenversagen vielleicht, aber wie schnell kommt man hier vielleicht an eine Niere ran? Ich meine, okay, das Thema hatten wir gerade schon. Ein Organversagen, aber sowas lässt sich meistens dann nicht einfach mit einer Operation. Hey, du bist der Arzt, du kannst dir überlegen, was plausibel ist in dem Zustand. Eine Hirnblutung? Ein Aneurysma vielleicht? Irgendwas in der Art, aber das kann ich von außen nicht feststellen. Auch nicht plausibel für irgendjemanden. Hm. Hab ich, äh, lieber Meister, kurze Frage. Gibt es denn dort auch sowas wie EKGs, an dem ich den Patienten anschließen hätte können? Ähm, lass mich kurz überlegen, hast du ein EKG? In so einem mobilen Operationssaal? Das hätte ich mir auf jeden Fall, also wenn ich sowas hätte, ja, zur Verfügung hätte, hätte ich mir das auf jeden Fall bringen lassen, um Parameter zu überwachen. Also du wirst eher ein EKG haben als ein EEG. Mhm. Du kannst auf jeden Fall keinen MRT machen, also das heißt eine Hirnblutung wirst du nicht feststellen können. Ja. Ähm, aber du willst ja keine Hirnströme messen, also das ist ja nicht das Erste, was du als Chirurg machst, weil wenn die Hirnströme nicht in Ordnung sind, also ja, da ist ein EKG, aber eigentlich würdest du es nicht dafür verwenden. Ähm, die, ich, ich frage nochmal, ich bin kein Mediziner und du auch nicht in Real Life, äh, ich weiß, das ist jetzt erschreckend für mich, Herr Lichtenberg, aber, ähm, was versuchst du denn herauszufinden? Vielleicht geben wir das mal lieber so an. Was, suchst du eine Todesursache, die man den Leuten verkaufen kann, die Friedrich hat, oder was? Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, natürlich nur, wenn sie zur Debatte steht, auch mit den anderen Hauptcharakteren, ne, muss man halt auch so, so sagen. Ja, das Ding ist, ich glaube, dass es schon fast wichtiger ist, das erste Mal überhaupt mit Friedrich sprechen zu können, weil wenn er eventuell selber bereit ist, sich Schaden zuzufügen, um ihn in eine Operation zu bringen, ja, ist es nicht gesagt, dass wir alleine in diesem Operationssaal bleiben, das würde ich auch mal. Also als Mediziner, sagen wir es mal so, weißt du, du kannst ihm gerade nichts geben, also du kannst ihn gerade nur fitter machen, du kannst ihm nichts geben, was das, also dafür ist er nicht stabil genug. Vor allen Dingen würdest du die kritischen nächsten drei Tage vergehen lassen, äh, um zu wissen, was mit dem guten Mann los ist. So, so weit habe ich das ja auch schon, meinte, so nur drei, die nächsten drei Tage sind auf jeden Fall Tage, die wir uns Zeit erkaufen müssen. Und, ja. Und dieser Hangar, in dem du warst, von dem du uns ja garantiert erzählt hast, konnte man da auch auch Fahrzeuge rausfahren? Da standen auf jeden Fall einige Fahrzeuge drin, also, wenn die Schlüssel stecken. Das heißt, wenn wir ihn in dieses, wenn wir ihn in das mobile Operationsding kriegen können und dann vielleicht die Leute, die mit uns da sind, irgendwie überwältigen, können wir ins Auto springen und wegfahren mit ihm. Das ist das unhandlichste, unlenkbare und langsamste Fahrzeug, was da drin steht. Just saying. Aber es ist ein Fahrzeug. Es ist ein Fahrzeug, richtig. Äh, nee. Die Frage ist nur, ja. Es ist ja nur ein Gedanke. Ja, ja, natürlich. Nur, dass ihr nicht, es ist kein schnittiger Krankenwagen, der schnell durch die Fahrt fahren kann, sondern es ist ein Wohnmobil-ähnliches Ding. Ein Wohnmobil-ähnliches Ding, was nicht zum Transport gemacht wird, sondern sozusagen sich bewegen soll und irgendwo stationär, Entschuldigung, irgendwo stationär stehen soll. Dafür ist es da. Wenn müsste man ihn wirklich auf dem Weg irgendwie raus, also auf dem Weg dorthin. Auf der Bahre, in irgendein gepanzertes Fahrzeug. Das ist aber vielleicht auch... Das ist das Werte. Sorry. Joel, bitte du zuerst. Nun, äh, Vorschlag, meinst du nicht, das ist besser, wenn der jetzt auf dieser Station liegt, ne? Mhm. Äh, und halt zwar schon bewacht ist, aber nicht jetzt irgendwie ständig noch jemand, äh, kommt, um ihn, äh, um das zu checken? Wenn wir einfach versuchen, die drei Wachen auszuschalten und ihn dann da rauszuschmuggeln? Das ist, denke ich mal, die akzeptabste Lösung. Ja? Deswegen habe ich euch ja die Infos über die Wachen gegeben. Ich meine, wir müssen ihn nicht erst in den mobilen Operationssaal kriegen oder so, sondern wir haben ihn jetzt schon in der Situation, wo wir ihn sehr viel besser rauskriegen, als aus diesem Käfig. Ja. Ja, aber dann müssen die ihn noch vom Gelände kriegen und sollten noch irgendwie uns davon machen können und dafür wäre es am besten. Ja, eins nach dem anderen. Ja, das muss ja zu Ende gedacht werden, weil dann haben wir ihn aus diesem Saal rausgebracht und dann, was? Dann stehen wir hier mit einem Bewusstlosen, der nicht laufen kann, nicht kämpfen kann. Ja, ist schon klar, dass wir, dass wir uns dann nicht ad hoc überlegen, nachdem wir ihn befreit haben. Ja, ja, ich sag nur. Wir brauchen jetzt noch eine Route, ja, und so weiter. So, ihr braucht auf jeden Fall nochmal genau mehrere Details, die ihr auf jeden Fall noch in Erfahrung bringen müsst über das Gelände, was ist der beste Weg, was könnte das beste Timing sein? Nein. Ihr könnt euch überlegen, in den nächsten drei Tagen, weil in den nächsten drei Tagen passiert nichts mehr Großes, sage ich jetzt mal so, ja, sondern also in Bezug auf Lichtenberg und Friedrich, weil der muss erstmal dort liegen und der Lichtenberg ist andauernd da, um ihn zu überprüfen. In der Zeit könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Ich gebe euch auch noch gerne mehr Informationen dazu, was in den nächsten drei Tagen passiert. Was ich auf jeden Fall schon mal sage, am nächsten Tag, ja, kriegt ihr mit, wie der Kriegsrat vom Boss sozusagen einberufen wird. Und sie planen irgendwas wild und das Einzige, was ihr wisst, ist, es hat was mit den Dokumenten zu tun, die die gute Sandra Berger mitgebracht hat, ja, und die sind sozusagen im großen Hauptkonferenzraum kopiert und groß, ja, ihr seid irgendwann mal, bevor der Vorhang zugezogen wird, wird es mit einem Projektor, werden einige Karten sozusagen dort, dort geht irgendwas in die Plane. Und ich würde sagen, damit ihr euch noch ein bisschen Zeit nehmen könnt, um zu planen, wie das jetzt weitergeht, machen wir hier nochmal ein kleines Päuschen. Ich spüre, es nähert sich dem großen Finale und ich hoffe, der gute Sebastian von Lichtenberg hat das nächste Mal auch noch Zeit für uns, um zu gucken, ob der gute Friedrich das denn schafft oder nicht schafft, ob sie es da rausschaffen und was jetzt langsam passiert zwischen Kreuz Köln und der JVA. Ich hoffe, liebe Spieler, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Viele Dinge mussten besprochen werden, aber es kommt ja bald zu der Phase Take the Action. Und ansonsten, liebe Zuschauer, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr keinen Content mehr verpassen wollt, dann bitte den Channel abonnieren. Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.